Hi! Will! Co- Men! Bye bonjour! Ich bin Matteo! Und das ist Niklas! Und das ist Letzte Woche passiert! Du Scheiße, ich komm hier nicht raus! Ah! Er hat mich... Art. Art PNG. Nice. Okay, geil! So, wir schließen das! Hey, ich hab's doch gerade gespeichert, oder nicht? Hey! Stand da irgendwas, wo ich weggedrückt hab? Speichern. Speichern in dieser PC nicht möglich. Ach so. Ich bin nur noch böse! Ich bin nur noch böse! Man hat keinen Bock daran zu sagen. Alexa. Ich hab morgen... Käsekuchen... Termin. Bitte back mir einen Käsekuchen. Ich hab keine Ahnung. Das war jetzt das dümmste Beispiel! Das war jetzt mit Abstand das dümmste Beispiel, was ich... ...was jemals jemand... Achtung. Warum mach' ich denn n... Oh maa... ... Ah! Komm, Endboss, Baby. Wo bin ich? Ah! Echt verdrückt halten. Ah, accept. Wie accepte ich jetzt? Was, das ist ein Bär? Du musst Tab drücken, Matteo, dann kannst du die Maus benutzen. Ah, geil. Oh! Au! Was macht ihr da? Oh Gott, ich stehe vor Leon, drück Tab, um es zu accepten und hau ihn mit der Crowbar voll in die Fresse rein. Sorry, Leon. Oh, scheiße. Hast du dich denn schon bei diesen Stammesleuten eingeschlichen? Jawoll! Und ich weiß jetzt, wo sich Ihr Anführer versteckt. Und? Warum bist du nicht hin und hast hinausgequetscht? Ich bin nicht dein Vater, du Rotzbengel. Du brauchst nicht wegen jedem Furz zu mir zu kommen. Wegen jedes Furzes. Gehe und finde heraus, was er mit dem Ort vorhat. Okay, Leon, wollen wir ein bisschen auf Zombiejagd gehen? Wer kotzt hier? Ich habe Aktivkohle gefunden. Ja, können wir machen nicht so schlecht. Alter, Leon, was ist eigentlich bei dir los? Xgamer113 hat zwei Euro dagelassen und schreibt Grüße von InControl von der Gamescom. Alter, das war das allergeilste. Ich habe auf der Gamescom einen Typ getroffen und der sah eins zu eins hundert Prozent aus wie InControl. InControl kennst du auch noch, oder? Alter. Dieser Typ auf der Gamescom, der sah hundert Prozent aus wie InControl vor zehn Jahren. Ich habe ihn gefragt, ob er InControl ist. Hat er gemeint, nee, ich bin Deutscher. Und dann hat er am nächsten Tag gegoogelt und ist zu mir gekommen und meinte, ich sehe echt so aus. Voll krass. Ja, schöne Grüße zurück. Ja, mach's gut, Niklas. Tschüss. Jedenfalls InControl schreibt Grüße von InControl von der Gamescom. Ich hoffe, ich habe dich nicht genervt. Du sahst am letzten Tag echt schlecht gelaunt aus. Nee, du hast mich gar nicht genervt, aber ich war einfach fertig auf der Gamescom. Ich war einfach kaputt. Boah! Sie dreht völlig durch. Wer ist sie denn? Eine Schmugglerin. Na gut, dann schieße ich dir wohl in den Kopf. Oder? Oder? War der glücklichste Tag für mich auf dieser Insel. Und er formte mein Leben nachhaltig. So wie auch das Leben aller meiner Freunde. Durch einen tragischen Unfall steht Hermann viel zu früh von uns. In diesem Sinne, lasst uns Hermann die letzte Ehre erweisen. In diesem Sinne. Das war das perfekte Timing, ey. Okay, Leute. Oh Mann. Bis bald ein Ende hat. So oder so. Na? Huh! Huh! Er ist verrückt! Ins Bein schießen, töten. Ins Bein. Do it. Do it. Wer ist das? Hier ist einer gekommen und hat Yoshi erschossen. Und ist einfach weggerannt. Der hat den Helm auf wie Hermann. Nein! Du Schwein. Was? Wirklich? Der ist angekommen, hat ihn mit einer Pumpgarne umgepustet und ist weggerannt. Ich wusste vor Schreck überhaupt nicht, was ich machen soll. Was? Was? Kein Scheiß! Die Leute in meinem Chat haben es gesehen. Das glaubt dir keiner. Ey! Macht einen Clip! Bitte macht einen Clip und schick dir den in den Bonschwa-Chat. Ohne Scheiß! Hier ist gerade ein Typ gekommen. Hat einfach... Ist angekommen, hat Yoshi abgeknallt. Wie viel Schaden die machen. Ist alles gut. Ist alles gut, Brahmin. Ist alles gut. Achso. Oh mein Gott! Er fickst ihn in den Arsch! Nein! Alter. Alter! Oh fuck! Das ist ein neues Team. Alter, was? Okay. Die Legs. Alter, was sind das für Legs? Leute, was sind das für Legs? Fuck! L3! 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 Komm, L3! Komm zu mir! Ich liebe dich! L3 freut sich, Sie zu sehen, Sir! Gibt es eine Mission für mich? Ja! Zurück in den Kampf, L3! Ich bedauere, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass diese Einheit keine Befehle von einem Beamten unter einem Court Marshall entgegennehmen kann! Ja! 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 Tausend Seelen. Okay, Leute. Sehe ich aus wie jemand, der irgendwo hier runterspringt, nur weil es da steht und der Chat es sagt. Irgendjemand hat hier rumgesteppt. Aha. Ey, du. Na klar. Das geht. Alter, ist das Lecki. Ich bin am Farmen. Am Farmen? Sagen wir, Leck, ist mir die auch so krass? Ja. Kräftelehne an. Okay, das war eine schlechte Idee, reinzurollen. Kräftelehne an. Sheriff Honan. Der Retter der Welt. Ich rette euch vor diesem Hund. Fuck, das war eine Kuh. Nein, wir haben eine Kuh getötet. Braben. Das war eine Kuh. Aber das ist falsch. Das ist eine Geräusche falsch. wst Schuss! Ruck it in! Heuer des Gatschläge! Kondosau!